Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Paladin. Heute mit dem Bee von Torux und mit dem Patrick von Let's Zucker Bros. Hallo Jungs. Hallo. Hallo. Da wollen wir dann mal loslegen. Viel Schuss dabei. Der ist gar nicht so schlecht. Du musst halt nur darauf achten, dass er halt keine Weitschüsse hat. Der macht wirklich nur Nahschaden. Ja, ist ja auch ein Flammenwerfer. Ich sehe trotzdem mein Pferd. Ja, ich auch. Hat ja toll geklappt. Dennis. Das gibt's doch gar nicht. Das geht nicht weg. Weg, weg du Pferd. Das gehört da rein. Ich glaube auch. Das ist ein Einhorn. Diese Einhörner. Ach du Scheiße. Ich war hinter deinem Schild und dann war ich wo. Ey, die haben eigentlich drei Stück weggeholt. Die sind hinter uns gekommen. Somit waren sie auch hinter meinem Schild. Er hat sie alle verteidigt. Das war jetzt nicht so gut. What? Ich war 1 gegen 1 gegen Victor. Ich habe dem keinen Punkt Schaden gemacht. Er hat mich einfach weggepickst. Echt? Ja. Also bei 1 gegen 1 bin ich richtig schlecht. Das darf nicht passieren. Was war das denn? Ey, das gibt's doch gar nicht. Ich kann mit denen nicht richtig schlecht schaden machen. Überall vor uns, hinter uns. Also die Folge heißt dann, let's fail. Der ist richtig scheiße, finde ich. So scheiße fand ich den jetzt auch nicht. Doch, also ich fand den... Ich fand den richtig kacke. Das Problem ist nur, wenn sie vor dir sind und hinter dir, kannst du mit dem Schild abwarten zu machen. Ja. Schwinde! Ja, genau. Genau. Die hatten Bären auf dem Rücken. Bären? Ich dachte, das wäre ein Wolf. Naja, es ist ein Bär, oder? Ja, es ist ein Bär. Bär. Bären. Was mache ich da? Sie trägt Fell. So, doch, das ist die Bär. 5, 4, 3, 2, 1. Achtung, falls nicht sie leider hinter uns kommen. Ja, da sind schon welche. Jetzt komm ich mal von hinten her. Oha. Hä? Warte, warte, alle weg, alle weg. Ach du Sch... So schnell bin ich nicht weggekommen. Die Brache kommt mit seiner Special-Attacke. Achtung! Wuhu! Achtung! Ach, ich weiß nicht, wie ich bin. Und wenn... Er ist eine Frage. Er ist eine Frage. ganz low NEIN recht tot hm so ist denn los ja gut ja da hast du eigentlich keine chance wenn du nicht sofort wegkommst NEIN 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 PERFECT ich kann mit einem nichts machen außer vor euch stehen und chillen gehen ja haben wir wirklich einen Healer? ja eigentlich schon aber keine ahnung wo der rumläuft ich bekomme irgendwie genau gar keinen Heal aber der steht ja am Spawn irgendwo in der Nähe und weiß nicht was er machen soll glaube ich hm irgendwie schon NEIN 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 ja ich bin auch dabei ach zu scheiße höh von hinten von hinten von hinten ja 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 hinter die Pip ja ja besser ja 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 oh bitte ja ja da ja da ja 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 Alles aufballern, was das Zeug macht. Fast tot. Uh, ich hab'n Doppelfill gemacht, wie denn das? Achtung, Special Attacke. Ja, zu spät. Das war jetzt grad ganz scheiße. Ach, das wird ne schnelle Runde. Jo, bei dem Punkt werden wir leider nie mehr holen wahrscheinlich. Ne. Alles drauf. Fast, wenn wir fast tot, dann würde ich fahren. Oh, meine Special Att... Ich hätte so gern meine Special Attacke eingesetzt. Oh, mein ist tot. Ja, das war's. Oh, was? Ah, hinter mir. Bitte den Baum! Nein, was ist... Hey, das haben wir doch mal eingenommen. Nein, wir haben den Wagen. Das ist nur wichtig. Nicht schlecht. Das hätte ich nicht gedacht. Das hätte mir jetzt auch nicht gedacht, aber egal. Der scheiß Victor, der kommt von hinten und holt uns direkt am Sport. Ja, ja, ich hab' mir hier. Ja, oder auch nicht. Ja, genau. Ich muss nachladen, während ich auf ihm schieße. Ja, genau. Oh, ich hab' dir Special Attacke. Von Mitte. Links, von links, von links. Ja, hab' ich. Pärchen. Nochmal links, Baum. Rechts zurück. Ja, links kommt der Baum. Ja. Jetzt kommt er von rechts. Beim Wagen kommt der Tank. Links kommt wieder der Baum. Ach du Schande, ach du Schande, ich bin tot. Ich bin immer willkommen, oder? Ja, kein Ding. Ja, kein Ding. Scheiße. Fach, ne? Bummch. Ja, ist okay. Ja, nein. Ah, es fällt jetzt nicht mehr aus. Nein! Ach, eine Runde. Ach, Katze, ich muss danach laden und beschossen. Ich bin schon am Weg mit meinem Riesenhub. Ach, das gibt's doch nicht. Ach, dann hol mal den Karren noch aus dem Dreck. Ich hab's nicht gebraucht. Ich hab's nicht gebraucht. Schaden ist unnötig. Schaden ist unnötig. Ja. Ich hab's nicht gebraucht. Ich hab's nicht gebraucht. Ich hab's nicht gebraucht. Dann wird der Viktor wieder in uns kommen. Weil den sehe ich da irgendwo. Ja. Da sind wir beträubt. Ich auch und bin danach sofort gestorben. Ah, der Victor. Ja, Victor und Drache waren wieder hinter uns um. Ich bin wieder, kill me. Guy hinter uns? Oh ne, du bist gar nicht mehr Pip. Ja. Jetzt kann man sich da den Punkt einnehmen. Geht zwar drauf, aber ich kann nichts machen. Ah, ist mein Schild wegggangen. Das gibt's doch gar nicht. Oh, oh, das war's. Ja, aber wir haben es doch noch ein bisschen rausgezögert. Die Hoffnung starb zuletzt. Oh ja. Es sollte nicht sein. Ja, beim nächsten Mal wird's sicher wieder besser. Die Attacke ist so overpowered. Ja. Ja, dann sag ich auf jeden Fall mal Danke fürs dabei sein. Ja, ich bedanke mich auch. Und dir. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüssi. Tschüss. . Bis zum nächsten Mal.